Ich stehe jetzt hier an der Aussichtskraftform am Aussichtsparkplatz, am Aussichtspunkt, am Huberti-Berg. Hinter mir ist die Ironman Rolls, wo die Ladestation von Ironman immer aufgebaut wird und ich fahre immer die Auffahrt über Czajowicz, Ludmersdorff, hier heraus auf dem Huberti-Berg. Heute wieder Test mit dem Aero Action Shield, mit dem Aero Lenker, mit dem Aero Action Comfort Bait, die eine sensationelle Wirkung erzielen. Eine aufrechte, perfekte, sitzende Position mit wechselseitigem Druck auf die Pedale mit perfekter Atmung. Durch diese aufrechte, hohe Position ermöglicht sich eine perfekte Atmung, wobei der Puls stabilisiert sich und hinunter geht und die Leistung steigert sich. Eine perfekte, zentrale Lenkerhochposition mit einer Möglichkeit einer direkten, also dynamischen Position. Weiter geht die Position über eine zentrale Baitposition, eine aerodynamische Position mit gestreckten Armen oder eine statische, aufgeschützte Aeroposition oder auch eine kurze, dynamische Position bei gleichzeitigen, mit perfekter Möglichkeit zum Schalten, bremsen und am Lenker ergonomische Position zu fahren. Natürlich ist auch eine Lenkerposition weiterhin möglich, wie auch eine Bremsdiefposition mit Liegetritt Position. Aero Action Rudi mit dem Aero Action Lenker, mit dem Aero Action Bait. Razzontag, 18. August 2024. Roberti Bait.